Um das Ganze jetzt noch ein bisschen systematischer zu machen, wollen wir vielleicht die einzelnen Kapitel hier noch zusätzlich nummerieren. Wir wollen also, dass sowas hier steht wie erstens Fragestellung, zweitens Hypothese und so weiter. Was man nicht tun sollte, ist das, was ich hier gerade getan habe, nämlich das einfach händisch davor schreiben. Das, denke ich, ist relativ ersichtlich, wenn man sich mal überlegt, man möchte ein Kapitel hinzufügen oder entfernen und man hat noch zehn Stück dahinter, dann muss man jedes Mal händisch die Nummerierung anpassen. Das kann nicht im Sinne des Erfinders sein und da macht es Writer uns auch relativ einfach, indem es eben eine simple Möglichkeit bietet, diese Nummerierung automatisch vorzunehmen. Dazu gehen wir jetzt mal auf Extras und klicken auf die Kapitelnummerierung, wie der Name eigentlich schon vermuten lässt. Und sehen hier, dass wir den einzelnen Überschriftshierarchien, 1, 2, 3, 4 und so weiter, Nummern zuordnen können. Nummern können jetzt übrigens auch Buchstaben sein, das heißt, wir können die Kapitel auch mit ABC nummerieren. 1, 2, 3 ist, denke ich, relativ geläufig. Römisch 1, 2, 3 macht man in den Geisteswissenschaften wohl ganz gerne. Ich würde mich mal auf Arabisch 1, 2, 3 beschränken, wähle 1, 2, 3 aus und klicke einfach mal auf OK und gucke, was passiert. So, was wir jetzt sehen, wir kriegen eine Nummer vor den jeweiligen Kapiteln und es wird automatisch bis zum Ende durchnummeriert. Rein vom Nummerierungsaspekt her ist die Sache schön. Ferner sehen wir auch, wenn wir im Inhaltsverzeichnis mal auf aktualisieren klicken, dass auch hier eine Nummerierung auftaucht. Auch das ist eigentlich ganz nett. Das Einzige, wo wir uns wahrscheinlich einig sind, es sieht nicht schön aus, dass hier so ein großer Abstand zwischen ist. Und jetzt haben wir das Problem, dass wir hier zwar irgendwie reinklicken können, aber wir kriegen diesen Abstand nicht weg. Ziemlich egal, was wir jetzt tun, der bleibt jetzt erstmal. Das heißt, da muss einem gesagt werden, wie das geht. Und zwar finden wir das immer noch unter der Kapitelnummerierung. Das heißt, wir gehen hier wieder rein und gucken mal, was hier noch so steht. Wir sehen, es gibt sogenannte Trenner. Trenner sind Zeichen, die direkt hinter der Zahl gesetzt werden. Zum Beispiel, wenn wir nicht 1-Fragestellung, sondern 1. im Sinne einer Aufzählung schreiben wollen, müssten wir hinter der 1 einen Punkt setzen, was ich auch eigentlich erstmal empfehlen würde. Das heißt, jetzt steht da sowas wie 1. Dummerweise ist unser Abstand immer noch sehr, sehr groß, weshalb wir auch da noch was ändern müssen. Das heißt, wir gehen wieder in die Kapitelnummerierung rein und gucken mal unter dem Reiter Position, was da so steht. Und unter Position sehen wir jetzt folgendes. Wir fangen mit der Ausrichtung bei 0 an, heißt auf der linken Blattkante, was ja auch erstmal sinnvoll ist. Die ganze Ausrichtung erfolgt linksbündig, was auch erstmal sinnvoll ist. Wir sehen aber, dass auf die Nummerierung, also auf das 1. ein Tabulator folgt. Und dieser Tabulator ist genau der, der hier diesen großen Sprung verursacht. Hier sind wir in der Lage, den Tabulator zu positionieren. Das wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist einfach zu sagen, statt eines Tabulators nutzen wir einfach ein Leerzeichen. Und wenn wir dieses Leerzeichen setzen, dann sieht es wahrscheinlich schon ganz schön aus. Und ich teste das jetzt mal und bin der Meinung, das ist eigentlich soweit zufriedenstellend. Wenn man das dann doch mit Tabulatoren machen möchte, dann muss man sich halt fragen, wo soll der hin? Wir könnten jetzt zum Beispiel stattdessen auch hingehen und sagen, bei 1 wollen wir jetzt einen Tabulator setzen. Das mache ich jetzt auch nochmal, um den Vergleich zu haben. Also wir setzen einen Tabulator und dieser Tabulator soll bei 1 sitzen, also bei einem Zentimeter. Und wenn wir das jetzt tun, dann sehen wir es rückt ein bisschen weiter weg. Wenn wir da 0,8 hinschreiben, sind wir wieder ein bisschen näher dran. Wie man es jetzt gerne hätte, ist sicherlich Geschmackssache, aber so geht es erstmal systematisch. Ich persönlich bin Fan des Leerzeichens, mache mir da auch nicht viel Stress mit. Die einzige Sache, die jetzt verraten sei an dieser Stelle, ist natürlich, wenn ich hier ein Leerzeichen setze und ich werde irgendwann mit den Kapitelnummern zweistellig, dann ist hier quasi der Fluss nicht mehr so ganz gegeben. Meinem Empfinden nach kann man darüber aber hinwegsehen und das fällt auch eigentlich nicht weiter auf. Denn üblicherweise ist ja ein Kapitel nicht nur eine Drittelseite lang, sondern vielleicht mal etwas länger. Und naja, also mich hat das optisch tatsächlich noch nie gestört. Wenn man möchte, dass alle Kapitel an der gleichen Stelle anfangen, dann muss man halt einen Tabulator setzen. Muss dann auf der anderen Seite aber damit leben, dass eben die Abstände bei den einziffrigen Zahlen etwas größer werden. Ich persönlich finde das hässlicher.